Hey Freunde, willkommen zu dem Battle Pass Herausforderung Season 4 Woche 1. Heute mal am Dienstag, nicht am Donnerstag, weil heute ging die neue Season los und die erste Woche wurde damit ein bisschen verlängert. So, wieder keine Zeit verlieren. Nummer 1, suche Fortnite Buchstaben. Und das funktioniert folgendermaßen. An den folgenden Orten sind einzelne Buchstaben versteckt, die zusammen das Wort Fortnite ergeben. Dabei ist es vollkommen egal, wo ihr anfangt, weil das Wort setzt sich immer, es kommt immer der nächste Buchstabe, der dann dran ist. Manche sind schwer zu erreichen, manche sind leicht zu erreichen und manche führen euch an die neuen Orte, die es hier gibt. Aber weil das halt auf der Karte schwer zu erkennen ist, habe ich das mal kurz zusammengeschnitten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dann Punkt Nummer 3, Folge der Schatzkarte auf der Karte. Aus Tomato Town. Die Schatzkarte befindet sich hier. Die müsst ihr allerdings selber nicht finden, ihr könnt direkt zum Schatz. Und wenn wir uns die Karte genauer ansehen, sehen wir, dass das dieser Teil des Loot Lakes ist. Ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020